Der Live-Radio Wochenrückblick In Niederösterreich erlebt die ÖVP ein blaues Wunder. Und in Tirol, da wird der Fasching langsam immer bunter. Die Politik sagt, Pandemie ist ausgelt für an jeden. Ab Juli sind wir alle gesund. Das kann es nicht sein. Wenn ich mit 41 Grad Färber train, kann keiner arbeiten. Da braucht man nicht reden. Lang war von ihm nichts zu sehen. Jetzt ist er da, der Schnee. Und die Vignette neu gehört, geklebt, sonst tut sie weh. Die Strafe, die man zahlt, doch man nicht ertappter, lügt vermessen. Laut Kontrolleur ist schon passiert. Dass ein Fahrer behauptet hat, die Vignette ist in der Handtasche seiner Frau. Und die Frau hat leider an der letzten Raststation vergessen. Live-Radio zahlt weiter Rechnungen. Wenn groß ist die Freude und der Radiotest zeigt Live-Radio, hören immer mehr Leute. Ein Dankeschön an euch. Jetzt muss sie weg. Ich habe es eilig. Ich hoffe sehr, es hat gefallen. Sehr, sehr, sehr langweilig. Das war's, liebe Tiroler. Diese Woche, die ist vorbei. Auch nächste Woche Live-Radio hören. Seid's vorne mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.